So, das ist jetzt unser Bus, ein schöner Bus in Paris, in der Hauptstadt der Region Apulien. Herr Bauer, das ist die Nudelgasse in Paris, wo die Hausfrauen selbst die Nudeln herstellen. Überall gibt es Nudeln. Ja, da geht es hinein, jetzt die Kathedrale von Paris, sehen wir schon im Hintergrund. So, und da kommt jetzt unsere Gruppe mit unserer italienischen, deutschsprachigen Reiseleitung. So, das ist der Gemüsemarkt. So, das sind die Drachenuniformen vor der Kirche des Heiligen Nikolaus. So, das ist die 1028. Meilensäule, da wir Trajana vor uns die Piazza Ferrare. So, das ist die Nudeln.